TRUMPF ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14'000 Mitarbeitern Andrea 70 Standort. Während der Ausbildung hat man die Möglichkeit am Lehrlingsaustausch teilzunehmen und an einem anderen deutsch sprechenden Standort mitzuarbeiten. Hallo zusammen, mein Name ist Ribana Morturi und ich mache die kaufmännische Ausbildung, kurz gesagt das KV, bei der Firma TRUMPF in Grösche. Ich bin im dritten Lehrjahr und bin jetzt auf meine Lehrabschlussprüfung am Vorbereiten. Jetzt zeige ich euch meinen Berufsalltag. Kümmern mit! Bei TRUMPF schaffen KV-Lehrlinge nicht nur am Computer und machen die typischen Tätigkeiten wie Mails schreiben und telefonieren, sondern haben auch immer wieder die Möglichkeit verschiedene Projekte zu übernehmen. Im ersten Lehrjahr habe ich zum Beispiel die Organisation von Lehrabschlussfeiern für die Lehrabgänger übernommen und mich mit verschiedenen organisatorischen Punkten befasst. Im zweiten Lehrjahr habe ich mich mit dem Thema Frauenpower in technischen Prüfungen auseinandersetzen. Dazu habe ich einen Flyer gestaltet, wo man Events und in Schulen verteilt hat. Ich bin Serena TRUMPF und bin im zweiten Lehrjahr. Ich schliesse diesen Sommer die beiden Schulfächer Italienisch und Informatik ab. Ich habe meine Lehre im August 2020 in der Personalabteilung gestartet. Nach einem halben Jahr habe ich in den Einkauf gewechselt, wo ich Bestellungen für unsere Produktion ausgelöst und Auftragsbestätigungen bearbeitet habe. Mein zweites Lehrjahr habe ich im Vertrieb angefangen. Dort habe ich Kundenaufträge abgewickelt und Versanddokumente erstellt, die man für unsere Produkte braucht. Aktuell bin ich in der Buchhaltung und habe viel mit Rechnungen und verschiedenen Banken zu tun. Während diesen drei Ausbildungsjahren lernen wir sechs verschiedene Abteilungen kennen und bekommen somit einen Einblick in die unterschiedlichen Fachbereiche. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Profesantag als Kauffrau gehabt. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich doch jetzt bei TRUMPF Schweiz AG.